Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet. Ihr seht es schon am Hintergrund, heute dreht sich alles um Geld. Ich frage mich zwar immer noch, was das Pantimimi mit dem Mauzi da macht, am Schaffen ist zu tun, wie auch immer, keine Ahnung. Auf jeden Fall, auch wenn der Hintergrund hässlich und unscharf ist, könnte er nicht passender sein. Es ist jetzt genau 1.39 Uhr. Ihr seht sogar, wann das Video aufgenommen wurde, am 27. August, am Donnerstag. Ich habe mir nämlich hier immer so rote Zettelchen in die Tastatur geklemmt und wenn die Zuschauer immer bestimmte Fragen haben und ich das in dem Moment nicht weiß, mache ich mir Notizen, um dann ein Video drüber zu machen. Und es wurde gefragt vom Junker66, wie viel Geld hast du in Pokémon GO bisher investiert? Junker? Das ist eine sehr gute Frage. Das konnte ich so nicht beantworten. Ich wusste es selber nicht. Deshalb habe ich mir gedacht, machen wir mal kurz ein Video dazu. Und mich würde auch interessieren, wie viel Geld habt ihr bisher in Pokémon GO investiert? Jetzt darf ich natürlich so lange, bis das Video online kommt, ich weiß noch nicht, wann ich das mache. Vielleicht, wenn ich zum Biala fahre an dem Wochenende, da muss ich eh was vorproduzieren, dass ich bis dahin nichts mehr auflade. Aber das werde ich schon schaffen. Muss ich halt mal die Füße stillhalten. Für alle, die wissen wollen, wie viel sie bisher investiert haben, nehmt euch mal euer Handy, geht auf den Play Store. So, wenn ihr beim Play Store seid, könnt ihr auf die Optionen, seht dann Kondo. Wenn ihr auf Kondo seid, könnt ihr hier oben bisherige Einkäufe auswählen, äh, bisherige Käufe. Ihr seht, meine Gesamtausgaben im August belaufen sich auf 99 Cent. Der Ramses ist nämlich ein Sparfuchs. Ähm, im August, was war im August? Die... Also das war dieses, was war August? Carbador, Carbador Sea Day. Ich habe also am 5. August ein Bonus-Event-Ticket gekauft für 99 Cent. Das sieht doch schon mal gut aus. Das ist nicht viel. Im August, relativ ruhiger Monat. Jetzt ist, wie gesagt, der 27.8. Da wird auch nichts mehr hinzukommen. 99 Cent im ganzen August. Ihr seht aber schon, unten drunter steht Juli. Live-Event-Ticket 16,99. Dann am 20. hier 14.500 Poggemünzen, 109,99. Da hatte ich am 16. auch Geburtstag. Habe dann danach natürlich aufgeladen und habe natürlich auch, äh, Coins mir geholt. Ich möchte jetzt mal diese ganze Liste nach unten fahren. Wir wollen mal kurz so überschauen, äh, was da alles so ist und vor allem, wann der erste Einkauf war. Das erste Mal, dass ich Geld investiert habe in Pokémon Go, war am 2. September 2016. Das Spiel kam im Juli 2016 auf den Markt. Also für alle, unabge-, äh, man nicht drauf geachtet, dass es da die, diese Testversion, Vorversion, irgendwas gab, keine Ahnung. Ab Juli konnte man eigentlich offiziell spielen. Ich habe ab August gespielt, aber schon im September kam ich in Versuchung, Geld aufzuladen und was zu kaufen. Ich kann jetzt zu dem Zeitpunkt nicht mehr sagen, was wir damals gekauft haben. Es waren ja immer nur 1200 Münzen im September, am 2., am 11., ihr seht, im Oktober ging es dann weiter, am 2. Oktober. Dann plötzlich hat man am 3. Oktober 19 Euro ausgegeben, am 11. Oktober, am 23. Oktober dann sogar 99 Euro. Das war damals das größte Paket. Da seht ihr auch den Unterschied. Damals hat das größte Paket 99,99 gekostet. Mittlerweile kostet es 109,99 Euro und ihr bekommt trotzdem nur 14.500 Pokémon-Münzen. Es hat also ruhig angefangen mit 9 Euro, ging auf 20, plötzlich auf 100 und wie ihr seht, schon wieder 100, schon wieder 100, 22. November, 8. Februar, 13. April, 100. Dann bin ich irgendwie komplett abgedriftet im Juni, habe mir damals WWE Champions geholt. Irgendwie war ich so süchtig auch nach diesem Spiel, dass ich da auch Unmengen an Geld reingecasht habe. Ihr seht ja auch 10, 15, 21, 54, 109, 109, 109. Ich wollte unbedingt diesen Bronze Strawman haben. Im Endeffekt habe ich den bekommen, habe alles durchgezockt und irgendwann habe ich keine Zeit mehr gehabt, das zu spielen. Am liebsten würde ich es eigentlich deinstallieren. Dann denke ich mir, ich habe so viel Geld da reingesteckt in das WWE Champions, dass das richtig dumm wäre, das zu deinstallieren mit allem, was man jetzt da drauf hat. Das wird natürlich nicht mit einberechnet, aber ihr seht ja auch schon 109 dafür, aber auch 109 für Pokémon. Ihr müsst, dürft natürlich nur die Pokémon-Sachen rechnen. Hier, August, 109, November, 109, Dezember, 109, Dezember, sogar am selben Tag, am 5. Dezember, zweimal 109 aufgeladen. Am 24., am 30., da war dann wieder Weihnachten und so weiter. Hier, 99 Cent, 10, 99, 10, 99, 10, 10, 99, 5, 99, 5, 109. 99, 99, wir sind immer noch bei 2018, da kommt noch das ganze 2019 dazwischen. 10, 43, was gab es da für komische Pakete? Keine Ahnung, 43 Euro? Allgemein müsste man sagen, es lohnt sich ja wirklich nur, wenn ihr das größte Paket kauft. Da habt ihr am meisten Coins für euer Geld. Diese kleinen Käufe zwischendurch. Man wollte gierig und geizig gleichzeitig sein, aber der Geiz hat überwogen und deshalb hat man immer kleine Käufe gemacht. Und die waren im Endeffekt viel teurer, als wenn man einmal das Große, was dann länger angehalten hat, getätigt hat. Und ihr seht, 109 ist also hier natürlich schon durchgedrungen. Wann war denn das letzte Mal? 99. Da sieht man auch, wann sich das geändert hat. Also 99 Euro oder 109 Euro. Im Dezember waren es auch schon 109. Im April 2017 waren es noch 99. Und dann hat das irgendwann gewechselt, dass im Juli es schon 109 waren. Also Mitte 2017 hat es gewechselt, das große Paket, von 99 auf 109. Dann ging das hier natürlich weiter. Ihr könnt das alles so nachvollziehen. 43, 43, 21, 3 mal 109, 3 mal 21, 4 mal 21, 5, nochmal 2 mal 21, hier wieder 109, 43, 43, 109, 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 8, 8, 5. Sonderaktionspaket, ja ist ja kostenlos, das war glaube ich eine Prämie, weil ich immer Pokecoins aufgeladen habe, habe ich eine Prämie bekommen bei irgendeinem Spiel, was ich noch nie gespielt habe, habe das aber auch, weil es kostenlos war, einfach dann runtergeladen. Wieder 109, jetzt kommen wir schon zu 2020, das ist dieses Jahr, 21, 21, 99, 99, 99, 8, 9, 9, Event-Ticket. 99, 99, 99, hier ist wieder eine Prämie, hier Live-Event-Ticket, 16,99, das müsste dann schon zum Go-Fest und sowas sein. Im Juni nochmal 109, Bonus-Event-Ticket, das sind die immer zu dem Community-Day, Live-Event-Ticket, 16,99, dann habt ihr hier wieder ein komisches Spiel, was als Prämie war. Im Juli, das ist ja schon der Rest jetzt, dann also aufgeladen, 109 und 16,99, vom Geburtstag und nochmal ein, hä, das war doch dann Go-Fest. Gut, raffe ich nicht. Und hier Kabadort zum Ende. Wenn ihr das jetzt alles zusammenzählt, was denkt ihr, auf wie viel kommt ihr, wenn ihr diese ganzen, äh, Beträge zusammenzählt, nur die von Pokémon, nicht das mit dem WWE-Champions und alles. Macht mal kurz Pause, schreibt mal rein, was ihr schätzt und dann zeige ich euch, was bei rausgekommen ist. 10, 9, 8, 5, 4, 3. Es ist insgesamt 3.353,10 Euro. Ihr könnt, wenn ihr mir nicht glaubt, das alles nochmal nachrechnen und könnt Stück für Stück diese Liste, ich hab's ja gezeigt, immer anhalten, rechnen, anhalten, rechnen, anhalten, rechnen, anhalten, rechnen, nehmt halt einen Taschenrechner. Ich hab das ja jetzt alles hier im Kopf kurz überflogen, ne. Und wie hab ich's dann da hingeschrieben, weiß ich nicht. 3.353 Euro. Für Pokémon Go. Das ist, klingt auf jeden Fall, ja, ist mehr, als mein aktuelles Auto gekostet hat, sagen wir's mal so. Und da ist ja noch lange nicht Schluss. Und dann wird man noch gebannt, oder was? Hä? Die sollen froh sein, dass es Leute wie mich gibt, die so viel Geld investieren. Schreibt ihr natürlich mal rein, wie viel Geld habt ihr bisher in Pokémon Go investiert? Und wann habt ihr das erste Mal investiert? Bei mir, wie gesagt, im September 2016 das erste Mal aufgeladen, ein Monat, nachdem ich angefangen hab. Vielleicht habt ihr ja länger durchgehalten oder habt schon gleich am ersten Tag aufgeladen. Schreibt's mal rein. Ist auf jeden Fall ein cooles Thema. Danke für die Idee. Danke für die Nachfrage. Ihr seht, ich zeig euch das alles. Das hat mich jetzt auch brennend interessiert. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramse ist Tschüss. Tschüss.